Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es mal wieder eine richtig, richtig schöne Nuklear aus dem Livestream, der spielt. Und zwar, Leute, ich habe ja gestern im Video angekündigt, dass ich am gestrigen Tag streamen werde. Und ich habe von Level 1 bis 55 den Account komplett in einem Stream durchgezogen. Wir haben 10,5 Stunden gestreamt. Ich habe 5 Nuklears gemacht. Eine davon werdet ihr jetzt gleich sehen. Wundert euch nicht, ich rede da nicht so viel. Das war ziemlich am Ende. Ich glaube, ich war Level 53 oder so oder Level 54 sogar schon. Und habe da halt währenddessen schon 10,5 Stunden so fast gespielt. Also nehmt es mir nicht so übel, dass ich da nicht mehr so viel rede. Gönnt euch das auf jeden Fall. Ist ein richtig geiles Gameplay geworden. Der Link zum Streamen ist, wie gesagt, immer in der Videobeschreibung. Ich kann euch nur empfehlen, geht da drauf, lasst dann Follow da. Dann werdet ihr informiert, wann der nächste Stream online kommt. Ich streame eigentlich so gut wie täglich, Leute. Und wer diese Streams momentan verpasst, der tut mir echt leid, weil da passiert immer so viel geile Scheiße. Wir haben immer so viel Spaß miteinander. Wir waren gestern konstant 350 Viewer in dem Livestream. Also richtig, richtig geil. Gönnt euch das auf jeden Fall. Und jetzt viel Spaß beim Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent von dem Kanal seid. Wollte ich mal sagen, habe ich auch in meinen Statistiken gesehen. Ich glaube, Aimbrot hat das in seinem Video letztens auch gesagt. 40% der Views, die auf die Videos kommen, sind Leute, die nicht abonniert haben. Deswegen, wenn euch das Video gefällt, lasst einfach ein Abo da. Und dann verpasst ihr nichts mehr. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Oh Gott, wie soll ich das? Soll ich das überleben? Hinter mir auch. Okay, die konnten mich da zum Glück nicht treffen. Guck mal, ihr denkt jetzt, ich bin hochgegangen. Easy key dadurch. Ja, und dann kämpft wieder jemand hinten. War klar. Wie immer. Hier waren zwei. Oh, er kommt einfach zurück. Bro, what are you doing? Ich guck, erreichen sie 100 Abschüssen mit MPs jetzt erst, ey. Ich habe gar keine MP gespielt. Konterdrohne. Drohne. Der muss hier in der Mitte sein. Ja. Ist der oben? Oh, das ist ein Gegner. Ach du Kacke. Das habe ich ja gar nicht gepeilt, weil der Team-Mate einfach in ihm drin stand. Willst du challengen, Bro? Let's go. Challenge dann mal rein, scheiß noch. Reckless gehen, Freunde. Drohne. Ich weiß nicht, da kommen die Bunker. Da ist einer. Nice. Zweieinhalb. Kills. For Orbi. Okay, nice. Zwanziger. Okay, scheiß auf den. Ich gehe auch unten lang. Jetzt hoch. Liegt der wer? Der Nailed. Orbi. Jetzt weg. Nein, ich komme nicht hoch. Let's go. Let's go. Okay, das ist jetzt scheiße. Okay, den habe ich aber. So, das ist der Sweater. Ich habe ihn. Brutal. Der snipet. Das gebe ich nicht ein. Ah, der snipet auch jemand. Ne, XA2. Ah, fuck it. Okay, komm. Jetzt können wir den holen. Den habe ich. Habe ich auch. Konterdrohne. Drohne. Finde ich eine Schwebladung. Nuklear. Fünfte Nuklear. Wow. Hype, Fünfte Nuklear. Let's go, baby. Oh, mein Gott.